Herzlich Willkommen zum 186. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo zusammen. Ja Felix, letztes Mal haben wir über die sportliche erste Jahreshälfte von Nintendo gesprochen. Da fand ich ganz lustig, ein User hatte erwähnt, die Headline kam auch anderweitig deuten, dass halt Nintendo ziemlich viele Spiele herausgebracht hat in der ersten Jahreshälfte. Absolut, der Hebe war das, genau. Ja, aber tatsächlich haben wir Nintendo Switch Sports als auch bald das neue Miles Strikers Battle League Football gemeint. Ja, und da gab es auch noch andere schöne Kommentare, oder? Genau, der Slade, den haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast genannt und auch seine Kommentare vorgelesen. Der hat gemeint, dass er sehr gespannt ist auf Mario Strikers Battle League Football. Der Name, der geht recht runter wie Öl. Es ist aber tatsächlich sein erstes Mario Strikers Spiel. Also der hat weder den Vorgänger auf der Wii noch auf dem Gamecube gespielt. Er freut sich vor allem eben auf den ganzen Online-Modus und glaubt auch, dass das ist, was möglicherweise dieses Spiel tragen wird. Ich denke auch, dass da bei Nintendo intern oder bei Next Level Games, die das Spiel ja entwickeln, der große Fokus bei der Entwicklung lag. Also gefühlt auch die ganzen Informationen, die wir in den Trailern jetzt erhalten haben, die beziehen sich fast alle immer nur auf das Online-Spielen und bezüglich Singleplayer-Content ist eigentlich so gut wie gar nichts bekannt. Und dann haben sie halt immer noch genannt, gut, lokaler Multiplayer-Modus ist mit bis zu acht Leuten möglich, das ist schon ziemlich cool. Aber der Fokus liegt ja ganz klar irgendwie auf diese Online-Ligen. Ich meine, das ist ja auch schon im Namen enthalten. Und das ist halt auch der große Träger für dieses Spiel, sieht auch Slade so. Und er glaubt an einen großen Erfolg, zumal Fußball halt auch die Weltsportart Nummer eins ist und eben anders als jetzt zum Beispiel ein Baseball, was nur in den USA oder in Japan gut funktioniert, halt Fußball mehr oder weniger überall ganz gut ankommt. Mittlerweile ja auch in den USA. Dann haben wir noch einen zweiten Kommentar bekommen, beziehungsweise neben Hebi einen dritten Kommentar und zwar vom Mamagotchi. Er schreibt, dass er sich unschlüssig ist, ob er sich Nintendo Switch Sports zulegen soll oder nicht. Er findet, das sind ja doch recht wenige Disziplinen und einige davon, die ähneln sich dann auch noch. Ich denke, der spielt da auf Tennis und Badminton an. Aber er meint auch, dass er, wenn es vielleicht mal günstiger zu haben ist, also zu einem Angebotspreis, dann wird er sich es vielleicht mal zulegen, je nachdem, ob er da noch Lust drauf hat oder nicht. Und zu Mario Strikers, da hat er gesagt, ihm fehlt so ein bisschen der Bezug zu der Serie. Also er hat keinen Teil der Vorgänger gespielt, anders als wir jetzt zum Beispiel. Deswegen ist er noch ein bisschen skeptischer und hofft auf eine Demo, die natürlich auch für Nintendo sehr sinnvoll sein würde, wenn sie da jetzt in den nächsten Wochen eine Demo raushauen. Einfach, weil die Serie, die ist halt schon ein paar Jährchen alt, ganz viele, die jetzt momentan auf Nintendo Switch spielen, haben wahrscheinlich noch nie in Mario Strikers gezockt. Und ich hoffe einfach, dass das Spiel so zugänglich sein wird, dass viele dann nach der Demo denken, hey, das hat eigentlich richtig Bock gemacht, da hole ich mir das komplette Spiel. Weil so eine Demo ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn ein Spiel zu komplex ist, dann kann so eine Demo fast schon ein bisschen abschreckend sein. Aber ich hoffe eben, dass das eben nicht der Fall bei Mario Strikers Battle League Football, ich liebe den Namen, so sein wird, sondern dass es relativ einfach zugänglich ist. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, vor dem Hintergrund, dass man mit einem Joy-Con das Spiel schon spielen können soll. Also ich glaube nicht, dass man da vor Unmengen an Button-Kombos und Eingaben dann irgendwie den Spaß verliert. Ja, ich habe jetzt die letzten Tage sogar nochmal Mario Smash Football und Mario Strikers Charged Football gespielt. Und ich muss halt wirklich sagen, man merkt schon, dass auch da jedes Spiel so ein bisschen sein eigenes Gameplay hat. Ich fand besonders der Wii-Ableger, der ist schon ein bisschen schwieriger als der Gamecube-Ableger. Man merkt schon ein bisschen, der Gamecube-Teil ist dann jetzt sehr mehr casual gewesen. Man hat da versucht, dass jedermann damit umgehen kann. Beim Wii teilweise ein bisschen anders, das ging mir so ein bisschen eher in diese Competitive-Schiene. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was man bei der Nintendo-Switch-Variante da so, ja, welche Zielgruppe meine ansprechen will. Aber da bin ich wirklich gespannt, dann ab dem Release, dann habe ich Bock. Ist ja nicht mehr lange. Das sind ein bisschen mehr als zwei Wochen noch. Ja, im Endeffekt, gut, unser nächster Podcast wird ja dann so am 5. Mai sein. Schade, eine Woche vor. Junis. Juni, sorry, ja, Juni, ich bin noch im Mai. Und dann könnte wir eigentlich sogar schon bald mal drüber quatschen, auf jeden Fall. Nächstes Mal könnten wir vielleicht auch über potenzielle Nintendo Direct E3-Geschichten reden, möglicherweise, hoffentlich. Vielleicht, keine Ahnung. Sehr schön. Hoffentlich gibt es da was bis dahin in der Gerüchteküche. Ich habe richtig Bock auf so einen Preview-Podcast dazu. Ja, du, also wenn man jetzt mal so anschaut, was so stattfinden wird, klar, jeder kocht ein bisschen sein eigenes Süppchen. Die E3 findet halt in dieser Weise nicht statt dieses Jahr. Wer weiß, ob sie überhaupt noch stattfindet nach den ganzen Jahren, wo man halt, ja, im Endeffekt ist es jetzt das dritte Mal, ne, dass man die E3 nicht so in dem richtigen Rahmen, ähm, ja, veranstalten konnte. Die Gamescom wird dieses Jahr stattfinden. Ich glaube, der Hauptgrund, warum dieses Jahr die E3 nicht richtig stattfinden kann, ist einfach, weil die Planungen dafür, die müssen ja irgendwie ein halbes Jahr vorher dann mehr oder weniger schon durch sein. Und ein halbes Jahr vorher, da waren wir halt noch mitten in dieser Omikron-Welle drin. Und diese paar Monate später, die eben jetzt die Gamescom hat, die hat der E3 gefehlt. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch immer noch pandemiebedingt ist, warum jetzt die E3 dieses Jahr auch ausfällt. Ja. Ich hoffe ehrlich gesagt sehr, dass die E3 inklusive Messe und so weiter in ihrer alten Form wieder zurückkehrt. Ich gehe auch fest davon aus, dass die Gamescom dieses Jahr ein großer Erfolg sein wird. Weil die Leute, die haben wieder Bock auf sowas. Ich merke das auch, ähm, selbst Redakteure, die schon damals gesagt haben, also die Gamescom, die hängt eigentlich denen mittlerweile zum Hals raus. Das ist einfach zu viel und zu laut und bla. Aber mittlerweile haben die Leute einfach wieder Bock, solche Dinge zu unternehmen. Und ja, also man sieht es ja auch an den Fußballstadien, die sind alle mehr oder weniger ausverkauft. Die Leute haben Bock, ja, auf sowas. Und ich hoffe wirklich, dass das durch diese blöde Pandemie nicht komplett verloren geht. Zumal auch dieses feste Datum, auf das man sich freuen kann, wo dann irgendwie mehr oder weniger alle Hersteller, bis auf wenige Ausnahmen, Sony, dann ihre Spiele zeigen. Das wäre halt schon cool, wenn es das in Zukunft auch in der Form wieder geben würde. Ja, also die E3, ich meine, im Endeffekt muss man auch sagen, da passiert gerade enorm viel. Dadurch, dass die, ähm, Messeveranstaltungen der E3 die, ähm, Standgebühren für viel zu hoch kalkulieren und es im Endeffekt natürlich auch wieder einen Publisher weitergibt, die das, äh, bezahlen müssen, ist das Geschäft allgemein sehr, äh, nicht mehr so lukrativ geworden, ja, ähm, bei Werbung kann man auch selber mittlerweile von seinen Spielen machen. Siehe Nintendo mit Nintendo Directs, jetzt gibt's halt Ersatz des Summer Game Fest 2022 mit dem geilen, ähm, äh, Jeff Keady oder wie er heißt. Sorry, ich mag den Mann leider nicht so. Auf jeden Fall, ähm, ja, dort wird's einige Ankündigungen geben. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Nintendo vielleicht im Rahmen dessen da was macht, aber, Felix, ich will jetzt deine Stimmung nicht drücken, ja, ich glaube, Nintendo hätte längst was angekündigt in der Richtung. Ich weiß nicht, warum, also, ich glaube, Nintendo, weil die hätten das ja mitgenommen, diese Masse jetzt so, hey, jetzt könnten wir auch an, dass wir da eine Direct machen, kam bis jetzt aber noch nicht. Also, die wird ja nie sonderlich früh angekündigt, also, ich gehe wirklich davon aus. Doch, also, bei der E3 schon, weißt du, bei der E3 wird ja so eine Präsentation vorab angekündigt und jetzt haben natürlich Microsoft, etc., haben natürlich auch schon ihre Präsentation vorab angekündigt. Klar, Nintendo kann jetzt auch sagen, wir kündigen das ja zwei Tage vorher an, aber ich muss auch zugeben, wir wissen tatsächlich, wir wissen ja auch schon eigentlich schon relativ gut, was jetzt noch bis September kommt, sage ich jetzt mal, mit Splatoon 3. Ich glaube, die sind gar nicht so mit dem Zeitpunkt jetzt gebunden. Ich könnte mir fast vorstellen, dass sie sogar schon fast auf den Juli switchen, dass sie da noch Anfang Juni ... Gut, aber das ist ja noch okay. Also, solange wir eine Nintendo Direct jetzt im Sommer bekommen, bin ich auch damit einverstanden, ob die jetzt Anfang Juni ist, Ende Juni oder im Juli. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger egal. Ich hoffe halt, dass es bei diesen drei E3s, äh, drei E3s, drei Nintendo Directs pro Jahr bleibt. Also, dass wir halt eine im Frühjahr bekommen, eine in der Mitte des Jahres und dann eine noch mal zum Ende. Das wäre halt schon schön, weil das ist halt immer ein großes Event, wo es auch Spaß macht, einfach darüber zu reden, sich über die neuen Trailer zu unterhalten und einfach sich berieseln zu lassen mit den ganzen Games, die kommen. Ob das jetzt interessant ist oder nicht, ist ja da mal eher Nebensache. Es geht einfach auch ein bisschen um diesen Unterhaltungswert und, ja, ich mein, so Plattformen wie jetzt zum Beispiel Endtower, die leben ja auch ein bisschen davon, dass Nintendo uns da immer mal wieder so größere Events, ähm, gönnt, ja, über das wir dann auch berichten können. Es macht ja halt einfach Spaß. Also, es ist ja irgendwie der Hauptreiz. Ja, ich bin mal gespannt, wer auf die Gamescom kommt, ähm, weil, ähm, ich hab bis jetzt so ein bisschen was hier so gehört hab, ist, dass es dieses Jahr, auch wenn's beides ist, also Präsenz als auch online, ich glaube, das wird noch relativ klein gehalten. Man wird dann eher auf diese Cosplay-Schiene, ähm, ja, so ein bisschen auch um Merchandise-Schiene gehen. Das war halt da die meisten, ich muss ja sagen, es war 2019 noch da gewesen, kurz, also, das Jahr eigentlich vor der Pandemie. Und man hat da auch schon gemerkt, da werden immer weniger Publisher sind dort vor Ort und da sind eher diese Händler vor Ort, die halt halt ihr Zeug verkaufen. Finde ich halt ein bisschen, hm, ich glaube, dieses Jahr wird's ein bisschen auf Sparflamme sein, ich denke aber dann wirklich nächstes Jahr, hoffentlich, wenn keine andere blöde Variante kommt oder nicht eine andere Pandemie, dass wir wieder mal dann da Normalität haben und auch mal wieder uns freuen können, auf die Gamescom zu gehen und dann den Nintendo-Stand zu sehen, der leider auch immer sehr überfüllt war, überfüllt war. Na gut, gut, ähm, Felix, wir haben heute ein ganz komisches Thema, sag ich mal, wir waren eigentlich in den letzten Ausgaben ja auch immer wieder mal so ein bisschen politisch, ähm, wir haben ja letztens immer über ein bisschen, äh, den Ukraine-Konflikt-Krieg geredet, in Bezug dann noch mit Nintendo, was natürlich ein bisschen komisch klingt, aber da ging's ein bisschen um die, ähm, ja, um das Russland-Geschäft. Da gibt's, by the way, äh, um euch kurz zu informieren, immer noch nichts Neues, ich hab jetzt sogar mal letztens geguckt, auf der russischen Website werden zwar die neuen Spiele immer wieder aktualisiert, aber der eShop ist nach wie vor immer noch down. Also, da wird's, denke ich mal, nicht zurzeit noch nix tun. Die sind wahrscheinlich ready to go, müssen nur auf den Knopf drücken, dann ist wieder alles so wie vorher, aber auf diesen Zeitpunkt, da warten sie noch drauf. Ja, gut, wenn überhaupt es so schnell geht. Und heute haben wir ein ganz tolles Thema, denn das Thema ist eigentlich auch immer noch prangend aktuell, oder beziehungsweise es kommt immer wieder mehr in diese Nachrichten, weil in den letzten Monaten immer wieder was da geschehen ist. Wir reden heute mal über Saudi-Arabien, ein Land, äh, ja, was eigentlich sehr weit von uns entfernt ist, was hat aber auch einen sehr schlechten Ruf, halt, denn es geht eigentlich ähnlich wie bei Katar, ne, jetzt findet ja Ende des Jahres die Fußball-WM in Katar statt, die ist auch sehr umstritten, weil man halt sagt, jo, wie auch in Saudi-Arabien gibt's dort viele Menschenrechtsverletzungen, ähm, Leute, die halt auch stellenweise unschuldig in den Knast kommen oder sogar, ähm, ja, auf die, ja, sich, also quasi Angst haben müssen, die Todesstrafe zu kriegen, etc. Das ist in dem Land halt noch sehr extrem, ja. Ja, und auch so Ausgrenzungen von Homo-Ehen und so weiter, also da gibt's ja wirklich ganz viel, was da einfach noch so ein bisschen wie aus dem Mittelalter wirkt. Genau. Und Fußballfans von euch wissen ja, Saudi-Arabien, also man kriegt ja immer wieder mehr mit, wie Saudi-Arabien versucht, Geld in gewisse Firmen reinzustecken, ja. Ähm, ein ganz großes aktuelles Beispiel war jetzt letztens, ähm, hat Saudi-Arabien einiges, oder beziehungsweise die haben ja sogar den Fußball, englischen Fußballverein Newcastle United aufgekauft, beziehungsweise halt übernommen. Und, ja, die Fans, muss man sagen, Felix, du hast mir das vorhin ja im Vorgespräch gesagt, was haben die denn getan, die Fans? Ja, also ihr habt ja bestimmt vor Augen, wie diese, dieser typische Saudi-Arabische Dress aussieht, den die da in der Wüste tragen, mit diesem weißen Mantel und dem Kopf, mit dieser Kopfbedeckung. Und tatsächlich sind da dann auch die Engländer, ob jetzt ironisch oder nicht, weiß ich nicht, aber die sind da auf jeden Fall in diesem Dress halt auch rumgelaufen und haben quasi gefeiert, dass sie von so einem reichen, ähm, Unternehmen, beziehungsweise Königreich aufgekauft wurden und hoffen jetzt natürlich in erster Linie inständig, dass Newcastle United zu ganz neuen Sphären aufsteigen kann und mit dem ganzen Geld, was in den Verein gepumpt wird jetzt in den kommenden Jahren, dann möglicherweise bald mit einem Manchester City und Liverpool Paroli bieten kann. Dann schauen wir mal, was draus wird. Ich bin, was sowas betrifft, also im Sinne des Sports dann eher Traditionalist und bin froh, dass es in Deutschland sowas gibt wie die 50 plus 1 Regel, auch wenn die von manchen Vereinen, wie jetzt zum Beispiel, gestern hat ja RB Leipzig gewonnen, ein bisschen gebeugt wird von manchen Vereinen und es gibt ja auch Leute, die da tatsächlich drum kämpfen, dass dieses 50 plus 1 abgeschafft wird, aber mir ist es lieber, in Deutschland geht es richtig zu und da sind halt die deutschen Vereine international ein bisschen schwächer, als dass wir uns auch diesen kapitalistisch anverlagten Scheiß einfach beugen müssen und dann noch mehr Geld reinpumpen, weil im Endeffekt, irgendwann wird es immer zum Nachteil kommen und man sieht es ja auch schon in England, Ticketpreise steigen an und sowas, weil die Vereine sonst einfach nicht überleben können und die sind halt auf diese Finanzspritzen dann extrem angewiesen und solange man das noch verhindern kann und so ein bisschen diesen eigentlichen Spirit von einem Fußballsport noch behalten kann, bin ich da eigentlich schon sehr dafür. Aber Saudi-Arabien, die investieren ja in alles Mögliche und zuletzt ist es halt auch passiert, dass Saudi-Arabien 5, ich glaube 0,1 Prozent von Nintendo gekauft hat. Ja, wie kommt das eigentlich zustande? Saudi-Arabien hat so einen gewissen PIF, also diesen Public Investment Fund und der gehört da wirklich, oder die wollen halt wirklich weltweit zu einem der größten Staatsfonds halt ausbauen und ja, ich glaube bis jetzt hat der einen Wert von 2 Billionen US-Dollar, so wie ich das letztens da gelesen habe und ja, einen Teil des Vermögens stecken sie halt in gewisse Firmen rein und jetzt in der Vergangenheit hat es wirklich Activision getroffen, Electronic Arts, Take-Two, Capcom, dann haben die sogar SNK, das ist so ein japanischer Entwickler, haben sie 96 Prozent da übernommen quasi von der Firma. Also wie ihr merkt, unglaublich viel Geld, was da reingesteckt wird, besonders in der Videospielindustrie, die haben ja sogar wirklich die ESL, dieses Kölner Unternehmen, was quasi die ESL organisiert, ja die ganzen Turniere und so weiter, da haben sie, glaube ich, verbessert mich, wenn ich jetzt lügen soll, die haben ja Milliarden da reingesteckt, ja. Und ja, jetzt wie du meintest, es hat auch Nintendo getroffen mit 5,01 Prozent an dieser tollen Videospielunternehmen. Das sind drei Milliarden Euro ungefähr oder Dollar oder keine Ahnung. Genau, ja. Auf jeden Fall drei Milliarden. Drei Milliarden Euro. US-Dollar ist natürlich eine Menge Geld, ne. Natürlich, wie du beim Vorgespräch schon meintest, für Saudi-Arabien ist das Taschengeld, ja. Das kriegen sie am Tag mit dem ganzen Öl hin. Mhm. Und ja, die Frage ist, warum machen sie das, ne. Und das ist eigentlich eine Frage, die ist eigentlich ganz schwierig zu beantworten, denn wir wissen alle nicht, was Saudi-Arabien da für Absichten dahinter hat. Man könnte davon ausgehen, der Kronprinz namens Mohamed Bin Salman ist auch noch ein relativ, ja, ich würde mal sagen, jüngerer Mann. Und wer weiß, ob er da nicht vielleicht sogar Eigeninteressen verfolgt, einfach, um halt sagt, hey, ich mag den Videospielsegment, ich mag da jetzt ein bisschen Unruh stiften und ein bisschen da was investieren. Ansonsten macht es Saudi-Arabien auch ein bisschen, also auch mit diesem, ja, mit dieser Milliardenspritze oder Millionenspritze für Newcastle United, um halt auch seinen eigenen Ruf halt, ja, wettzumachen, ne. Saudi-Arabien, die wissen ganz genau, die haben international jetzt nicht so den guten Ruf. Jetzt wollen sie halt da hier und da mal in Firmen investieren, um halt, ja, wie du schon meintest, bei dem Fußballverein gab es halt einige Leute, die haben es abgefeiert, ne, dass da jetzt so ein, dass jetzt so viele Milliarden reinfließen, dass man denkt, man gewinnt jetzt nächste Saison die Champions League. Du hast dich bestimmt sehr gefreut in Saudi-Arabien, als sie da die Bilder aus England gesehen haben, wie die Engländer da tatsächlich abgehen, dass jetzt einfach Ölgeld in ihren Verein gepumpt wird. Also woanders kann man es ja nicht sagen. Ja, wir wissen auch nicht, wie es tatsächlich ist, ähm, wie sich die, ja, Videospielfirmen an sich fühlen, wenn da jetzt so ein großes Land kommt, was da jetzt einen riesen Staatsfonds da reinsteckt quasi. Also man kauft ja wirklich Anteile. Und Nintendo selber hat ja auch gesagt, die wussten das ja auch erst durch die Nachrichten, denn Felix, du hast ja selber Aktien von Nintendo, jeder kann ja im Endeffekt sich Anteile holen. Ja, und ganz wichtig ist, dass man nicht denkt, wenn die jetzt da drei Milliarden Euro in Nintendos Aktien investieren, dass dann drei Milliarden Euro oder Dollar auf dem Konto von Nintendo landen. Das ist ja nicht so, weil Nintendo hat die Aktien damals ausgegeben, die zu einem gewissen Preis verkauft und dadurch eben gewisse Einnahmen eingenommen. Und damit haben sie sich dann halt verpflichtet, als Aktienunternehmen den Gewinn zu maximieren. Und das ist halt so das Prinzip, das dahinter steckt. Aber was dann danach mit dem Aktienkurs passiert, das ist eigentlich nebensächlich für das, was Nintendo aktuell tut. Also die haben von den drei Milliarden Dollar nichts mitbekommen, außer dass halt ihr eigener Aktienkurs wahrscheinlich ein bisschen, äh, angewachsen ist. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt auf dem Kurs, ähm, ausgewirkt hat. Ob der deutlich angestiegen ist nach der ganzen Geschichte, bestimmt um ein paar Prozent. Aber Nintendo zieht daraus so lange keinen Vorteil, bis sie sagen, okay, sie bauen jetzt quasi, oder sie möchten nochmal Geld scheffeln und tun noch mehr Aktien in den Markt einsteuern. Aber selbst das geht ohne die Zusage von den ganzen Aktionären nicht. Also im Grunde kann's Nintendo eigentlich egal sein, oder sie merken davon nichts, ob jetzt, ähm, Saudi-Arabien da Geld rein investiert oder nicht. Weil der Aktienkurs für Nintendo, für das ganz normale Geschäft eher nebensächlich ist. Mhm. Man muss auch sagen, Saudi-Arabien hat jetzt auch keinen Einfluss darauf, was Nintendo jetzt da tun wird. Und Nintendo lässt sich da jetzt auch nichts sagen. Im Endeffekt muss man da jetzt auch keine Angst haben, dass man jetzt, ähm, ich meine, im Endeffekt, wo man dann erfahren hat, dass Saudi-Arabien Anteile von Nintendo gekauft hat, gab's ja schon hunderte Memes, dass dann die ganzen, äh, weiblichen Charaktere in Mario Kart 8 Deluxe, äh, verschwinden. Aber man muss auch sagen, das hat mir dann auch wieder gezeigt, wie unglaublich rufschädigend sowas auch sein könnte für Nintendo, ja. Weil das ging jetzt, das ging jetzt durch die Nachrichten, wirklich, das, das hat man sogar bei der Tagesschau gelesen, ja, dass Saudi-Arabien Anteile von Nintendo gekauft hat. Eigentlich ist es ja für Nintendo gar nicht mal so geil, weil man das so über eine Nachrichten liest, weil dann denkt man sich als Konsument, hä, also ich wirklich so als 0815-Konsument würde denken, boah, Nintendo hat das ja voll zugelassen und so, ne, jetzt mal blöd gesagt, ne, weil nicht viele kennen sich mit Aktien aus, et cetera, oder mit Anteilen. Ähm, deswegen ist das schon eine ziemlich heikle Geschichte. Ja, also ich hab, ähm, zum Beispiel jetzt zuletzt einen Podcast von Gaming-Clerks mir angehört und die haben quasi eine Überschrift gewählt, Nintendo ist jetzt zu 5% böse. Also die haben das richtig, richtig übel genommen, äh, dass Nintendo da zumindest kein Statement abgegeben hat. Die wissen auch die, äh, was, was diese Aktien bedeuten und so weiter. Die hätten halt zumindest erwartet, also, dass sie ein Statement raushauen, so von wegen, also wir unterstützen nicht, ähm, für was Saudi-Arabien steht in Sachen Menschenrechte oder sowas. Darauf warten die halt noch irgendwie, ähm, heißt aber auch, dass die so ein bisschen, die das sehr kritisch betrachten, was da jetzt alles passiert ist. Und ja, jetzt muss man halt mal schauen, ob da jetzt in Zukunft noch irgendwie so ein Nachbeben kommt oder ob es mit der aktuellen Medienlage dann auch mehr oder weniger dann gegessen sein wird, weil arg viel mehr wird da hoffentlich nicht passieren. Also ich denke, man muss nicht davon ausgehen, dass dann der, ähm, das Königreich von Saudi-Arabien sich überlegt, doch, kaufen wir noch ein paar Anteile mehr, denn, ähm, mit 5% ist man auf jeden Fall nicht so, ähm, involviert, als dass man da großartig Mitsprache, ähm, haben würde. Man kann es ja auch jetzt gut, ähm, an Elon Musk sehen, der Twitter, äh, kaufen möchte. Der hat ja am Anfang auch 5% sich gekauft und hat dann halt so ein bisschen Rabatz gemacht, aber sich dann auch relativ schnell überlegt, ach komm, ich kauf mir die ganze Putze einfach. Was ich, was ich auch ein bisschen cool finde irgendwie. Also, klar, viele ärgern sich drüber, dass jetzt, ähm, das Twitter halt von einem Privatmenschen aufgekauft wird und so weiter, aber diese Aktion, ach komm, ich kauf den Scheißladen einfach und mach dann, was ich will, das ist irgendwie diese Trotzigkeit, die finde ich schon irgendwie geil. Ja, aber jetzt momentan stocken ja so ein bisschen gerade die Verhandlungen, weil jetzt ja rauskam, dass es doch mal Fake-Accounts geben sollte. Und, äh, ich hab eher das Gefühl, der liebe Elon hat vielleicht das ein bisschen jetzt so, ein bisschen jetzt, ja, ähm. Vielleicht will er auch einfach den Preis ein bisschen drücken. Ja, ich glaub auch, dass er den Preis auf jeden Fall drücken will. Ich glaub, vielleicht wär's im Nachhinein doch zu hoch. Oder er hat spekuliert, weil im Endeffekt, das kann er ja auch gut, ne? Er kann ja grad mit solchen Nachrichten immer wieder ganz gut den Preis drücken. Das hat er ja auch schon bei Tesla etc. ja auch schon mal gemacht. Oder, äh. Das ist ein unfassbar intelligenter Mensch, also das darf man echt nicht unterschätzen. Und wenn der irgendwie so Sachen sagt wie, ähm, Nuclear Weapons, also Nuklearwaffen, die sind längst nicht so gefährlich wie künstliche Intelligenz, dann glaub ich ihm das tatsächlich auch, solche Aussagen. Drunter in den Kommentaren steht natürlich immer, der Typ ist völlig verrückt geworden und was für ein, was für ein Schwätzer, aber. Mhm. Ich könnt mir schon gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren ihm da vielleicht zustimmen können. Also, mhm. Muss man aufpassen. Ja. Der weiß schon, was er tut. Der hat auch damals der Paypal gegründet und so weiter. Auch da, ich, der, was der anfasst, ist eigentlich meistens, ähm, gar nicht so schlecht. Also, man kann ihn hassen natürlich, ich, sind, der Böhmermann zum Beispiel, der, der hört ja nicht auf, über den zu wettern und so weiter. Lass ich auch alles zu. Ähm. Bin ja jetzt auch keiner, der ihn so krass verehrt. Ich hasse ihn aber auch nicht. Ich erkenne einfach nur an, dass er ein unglaublich intelligenter Mensch ist und meistens auch davon Ahnung hat, über das, was er spricht. Auf jeden Fall. Nur mal ganz kurz zurückzukommen, ähm, man fragt sich auch, warum eigentlich tut Saudi-Arabien das? Ähm, also man, man, also das haben sie auch selber schon mal geäußert. Die wollen halt ein bisschen Einflussnahme auf die moderne Industriezweige nehmen. Videospiele sind halt ein moderner Industriezweig. Videospiele sind nicht mehr so nischig wie vor zwei, drei Jahrzehnten, sondern Videospiele gehören einfach zum heutigen Konsum, größten Konsumfaktor dazu. In Europa vielleicht weniger als in Amerika, aber es ist wirklich enorm. Also im Endeffekt Videospiele sind eigentlich schon fast gleichzustellen mit Film oder anderen Entertainment-Produkten. Und ja, man will sich auch ein bisschen stärker, unabhängiger von dem Verkauf von fossilen Brennstoffen machen, wobei ich da sagen muss, das bezweifle ich sehr, weil ich glaube nicht, dass man jetzt durch die paar Anteile, die man jetzt da in einem Videospielunternehmen getätigt hat, man da jetzt wirklich unabhängig vom fossilen Brennstoff sein kann. Ich glaube eher, das ist einfach auch so eine Geschichte wie beim Fußballverein. Man will halt ein bisschen Geld investieren, man will halt ein bisschen Eindruck schinden. Ähm, das ist ja auch wie bei Katar. Katar tut ja auch überall Geld investieren. Ich weiß jetzt nicht, von welchem, ähm, ähm, manchmal der Fußballverein Paris Saint-Germain wird ja auch, äh, sozusagen von, äh, irgendwelchen reichen Leuten investiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es, ich glaube, Katar ist das, gell? Ich glaube, da ist es sogar Katar. Ähm, ich glaube er auch, ja. Das ist ja auch wie auch so ein Wettstreit da unten, ja. Ja, und weißt du, wie das, was das für Auswirkungen hat? Hast du die Vertragsverlängerung von Kilian Mbappé mitbekommen? Natürlich, natürlich. Das ist Wahnsinn, was der, der bekommt nur dafür, dass er unterschreibt, 300 Millionen Euro. Er bekommt 100 Millionen Euro pro Jahr nachsteuern, nachsteuern, 100 Millionen. Er wird entscheiden dürfen, wer der neue Coach sein wird. Er hat ein Mitspracherecht über den Sportdirektor. Und er kann, ähm, Verkäufe und Zugänge approven, also genehmigen quasi. Was die, die haben sich quasi diesem, guter Fußballer, keine Frage, aber die haben sich dem so krass unterworfen, dass der bei PSG bleibt. Das ist Wahnsinn. Und die wird so mit Geld zuscheißen. Das kann halt auch nur funktionieren, wenn da dahinter so ein Unternehmen steckt, wie eben Katar, wenn man das überhaupt als Unternehmen betrachtet. Hört halt, ja, so ein Öl-Ding. Ja, klar. Weil anders funktioniert das nicht. Und der wäre halt so persönlich gesehen, so nach dem Motto, eigentlich will ich ja nach Madrid gehen, weil Madrid ist so ein Herzensverein für ihn. Das hat sich ja eigentlich über die letzten Jahre total angedeutet, dass er eigentlich Madrid viel geiler findet als Paris. Aber die haben ja einfach mit Geld so zugeschissen, dass er jetzt bleibt. Das ist Wahnsinn. Ganz ehrlich, du würdest es auch annehmen. Also ich glaube, jeder, jeder wird denken, okay, das mache ich. Ich habe auf jeden Fall, die nächsten drei, vier Generationen haben ausgesorgt. Ja, vor allem, man kann ja auch dazu sagen, Paris, er ist Franzose. Er ist in der Hauptstadt Frankreichs. Und es schadet wahrscheinlich nicht. Also es wäre wie, wenn jetzt du bei, keine Ahnung, FC Bayern München spielen würdest und die würden dich so mit Geld zuscheißen. Du würdest auch sagen, ah, komm, ich mag mein Land. Ja, ich bin eigentlich zufrieden damit. Ich bin deutscher Nationalspieler. Warum soll ich dann nach Spanien wechseln und dann möglicherweise dann auf der Bank sitzen? Weil man weiß ja nie, gut, ich glaube nicht, dass er in Madrid auf der Bank sitzen würde. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen Bequemlichkeit. Dann zu viel Geld, ja, passt. Und vor allem, was der da für Mitspracherechte bekommt, das ist, also das macht ihn für mich richtig unsympathisch, muss ich echt sagen. Also keiner ist größer als der Verein, aber momentan steht er halt über den Dingen und das geht halt gar nicht. Das ist wie Lionel Messi, der halt auch Barcelona so ein Stück weit zerstört hat, weil er in allem mitgeredet hat. Ja, auf jeden Fall. Der, ja, kann ich mich auch noch ein paar Geschichten erinnern. Aber Messi ist ja jetzt auch immer noch, ich glaube, der ist immer noch bei Paris Saint-Germain. Ein Wechsel deutet sich ja momentan nicht. Auch er ist bei Paris, ja. Ja, ja, und du musst mal bedenken, ja, Paris hat ja, Paris Saint-Germain, der Fußballverein hat eine so krasse negative Bilanz gehabt. Die haben so viele Verluste gemacht, kann denen scheißegal sein, ne? Da wird neues Geld einfach reingesteckt und das ist ja das, was ja gerade so in der Fußballbranche sowieso gerade enorm Schwierigkeiten bereitet, weil im Endeffekt können die so viel Verlust machen, wie sie wollen. Die können trotzdem immer wieder durch neues Geld weitermachen. Und da kommt es auch, ich meine, die La Liga will ja jetzt irgendwie ein bisschen dagegen vorgehen, aber da wird sowieso nichts gemacht. Also das Financial Fairplay, das kannst du da sowieso knicken. Ja, absolut. Es ist ja auch so, in der deutschen Bundesliga, ein Wolfsburg bekommt halt immer ihre Volkswagen-Millionen und das sind halt ein paar mehr Millionen, wie jetzt ein normaler Sponsor geben würde. Also es arbeitet ja jeder Verein mit Sponsoren, aber ein paar, also wenn man schon, ich meine VfL Wolfsburg, das heißt nicht, also ich weiß auch nicht, aber vielleicht reden wir nicht über Fußball, da verlieren wir die Leute. Genau, aber um mal kurz über Videospiel nochmal kurz zu erwähnen, wir wissen selber nicht, warum Saudi-Arabien diesen Einfluss tatsächlich tätigen will. Wir wissen nur, dass jetzt in unzählige Firmen jetzt Geld reingesteckt wurde von Saudi-Arabien. Es gibt zumindest nicht diesen einen Grund. Ich glaube, am ehesten kann man schon sagen, ist es so eine Image-Kampagne, aber da steckt bestimmt noch viel mehr dahinter und wir durchschauen das halt nicht in Gänze, aber es hat auf jeden Fall Gründe, warum ein Land wie Saudi-Arabien überall Unternehmen einkauft. Das passiert ja nicht ohne Grund. Das sind ja auch sehr smarte Leute, die da dahinter stehen. Vielleicht ist nicht unbedingt der König dann da der super smarte Typ, aber der hat ja dann zig Leute um sich rum und mit dem Geld kann man sich auch ganz schön smarte Leute um sich rum schaffen. Deswegen glaubt uns, wenn wir da sagen, also da steckt schon ein Plan dahinter. Die machen das nicht einfach nur aus Jux und Laune, obwohl sie es von ihrem Vermögen her durchaus machen könnten. Genau. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, das habe ich jetzt wieder ganz vergessen. Ganz toll wieder. Passiert. Ja, passiert. Egal. Dann ist es wirklich egal. Jetzt fällt es mir, ich ärgere mich jetzt gerade. Genau. Felix, hast du zu dem Thema noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht. Also ich finde, dass da jetzt so über Nintendo hergewettert wird, finde ich ein bisschen übertrieben. Klar ist es nicht schön, aber meiner Meinung nach sollte man da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und jetzt auch nicht sagen, Nintendo ist jetzt zu 5% böse. Also ich weiß, die Überschrift, die da Gaming Clerks verwendet hat, die sollte man jetzt nicht wörtlich nehmen und so. Ich habe ja den Podcast auch angehört. Die sagen halt auch, dass Nintendo einfach ein gewinnmaximierendes Unternehmen ist, aber das waren sie halt schon immer und diese Werte, für die Nintendo steht, die sind durch diesen Kauf von Saudi-Arabien, diese Aktien, die sie da gekauft haben, jetzt nicht von heute auf morgen verschwunden. Glaube ich nicht. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, die heutigen Videospielfirmen, die müssen immer wieder mehr befürchten, dass man quasi, ja, aufgekauft wird, etc. Jetzt, Ubisoft hat ja letztens ja auch schon fast die Arme gestreckt und haben gemeint, hey, kauft uns, kauft uns. Activision hat es ja jetzt getroffen, jetzt hat Microsoft die jetzt übernommen, dass die Übernahmepläne werden jetzt immer noch momentan getätigt, also die Übernahme wird ja nach und nach jetzt getätigt. Ähm, also diese Konsolidierungsphase, also quasi die Phase der Zusammenfügung von mehreren Unternehmen in eins, das ist halt gerade im Videospielpronkel enorm gerade, ja. Und der Markt verändert sich, es wird dann auf zwei, drei, vier große Dienstleiste herauslaufen, die dann diese ganzen Unternehmen besitzen und dann wahrscheinlich läuft es auf Abo-Dienste heraus, meinst du? Hm, wer weiß. Ich muss sagen, ich lehme mich nicht so weit aus dem Fenster hinaus. Ich hoffe halt nur, dass Nintendo damit nicht leidet. Die haben natürlich jetzt Next Level Games übernommen, wow. Und, äh, und diese eine, eine Firma, mit der sie schon seit den 80er Jahren zusammenarbeiten. Ja, wow. Ja, die, die eben bei so Programmiergeschichten aushelfen, ja. Ja, du, kann man sehen, wer will. Ähm, natürlich ist Nintendo nicht die Firma, die einfach Milliarden, äh, keine Ahnung, reinsteckt, um da, keine Ahnung, in Zukunft Sega oder was auch immer zu übernehmen. Nee, und gegen Microsoft haben die auch keine Chance. Also, Microsoft hat jetzt Activision gekauft, die ungefähr so viel wert sind wie Nintendo. Also, Microsoft könnte auch, wenn es möglich wäre, was aber nicht, deswegen nicht funktioniert, weil da einfach Japan was dagegen hat, die müssen das ja auch in einer Form genehmigen. Aber die könnten von ihren Mitteln her problemlos einfach Nintendo kaufen. Ja, klar. Ja. Was, was manchmal vielleicht ganz cool wäre, dann hätten wir ja eine bessere Hardware, aber egal. Ja, es hätte wahrscheinlich auch durchaus Vorteile. Also, ich wählte lieber, dass, ähm, Nintendo sich von Microsoft aufkauft, als von Saudi-Arabien, sag mal so. Genau, ja. Oder von Sony, nein. Also, Sony ist auch noch sehr verhalten. Sie haben ja, ähm, Bungie, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ein berühmter Entwickler, die haben sich damals um Halo und so weiter gekümmert, oder Destiny, haben sie ja aufgekauft. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht, aber das wird in den nächsten Jahren noch einen ziemlich großen Boom geben, glaube ich. Ich glaube auch, dass es jetzt relativ, ähm, komprimiert alles passiert. Also, wenn man sich überlegt, was dieses Jahr schon alles vermeldet wurde, das ist schon krass. Also, so große Übernahmen, das war unheard of bis vor zwei Jahren und jetzt auf einmal passiert das alles so extrem komprimiert über kurzesten Zeitraum. Das ist schon Wahnsinn. Also, die, die Spielewelt, die ist aktuell dabei, sich zu verändern und wir werden das im Laufe der nächsten Jahre dann auch als Gamer zu spüren bekommen, definitiv. Okay. Schönes Schlusswort, Felix. Ich würde auch sagen, damit schließen wir auch den heutigen 186. Podcast ab. Ich hoffe, das Thema war trotzdem unterhaltsam für euch. Wenn ihr dazu auch noch gerne was schreiben wollt, dann schreibt es gerne in den Kommentarbereich. Ansonsten, äh, ja, folgt uns gerne auf iTunes, Spotify, etc. Und, ja, gebt uns eine gute Bewertung, schreibt den Kommentar auf enthau.de und hört gerne unsere anderen Ausgaben noch gerne an. So. Gut. Dann war es es heute mit uns zwei Süßen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.